So, wir sind jetzt hier gerade angekommen und da hinten ist das Gebäude, das haben wir schon entdeckt. Genau, total perfekt, weil der Bahnhof ist nur so eine Minute entfernt. Okay, nein. Wir machen nochmal. Ähm, ja, genau, also auf jeden Fall. Okay. Wir sind jetzt fast da. Wir sind jetzt gerade am Bahnhof angekommen und dahinten ist auch schon wieder eine Bahnhof. Genau, und es ist sehr praktisch, weil direkt dort ist der Bahnhof und es war sehr einfach zu finden. Ja, total perfekt, jetzt müssen wir nur noch den Eingang finden. Ja, genau. Und dann geht's los. Ja, total perfekt, jetzt behalten. Ja, total perfekt. Und dann geht's los. Ja, total perfekt. Ja. Ja. Da Wallach. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es war echt wirklich interessant, die ganze Produktion und so. Und uns wurde größtenteils erstmal alles gezeigt und so ein kleiner Rundumblick durch die Firma. Am Ende waren wir dann noch in der Cafeteria und haben uns mit zwei Auszubildenden unterhalten. Da gehen wir dann morgen auch mit in die Berufsschule. Da bin ich auch schon wieder gespannt, wie das wird. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Tage. Bis zum nächsten Mal.